Gut, gehen wir jetzt aber rein in das Thema 2024. Was gibt es dort eben für Chancen dabei? Zunächst einmal müsste man einmal schauen, dass wir uns ja eigentlich in einer Krise befinden und das in vielerlei Hinsicht Krisen momentan an der Tagesordnung sind und das eigentlich auch schon seit Jahren. Und wenn du dir anguckst, wie deine Kunden momentan die Welt wahrnehmen, dann sehen sie so Nachrichten wie, dass eben das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr nur bei 0,9% liegen wird. Guckt man noch ein bisschen weiter, geht man schon von einem Rezessionsjahr aus und man rechnet mit einer ökonomischen Schockstarre. Das heißt, normalerweise hat man ja gar keine gute Laune, um jetzt in dieses Thema Geschäftsjahr 2024 zu starten. Tatsächlich gibt es aber auch auf der anderen Seite IT-Unternehmer mit starken Erfolgsgeschichten. Ich habe jetzt hier einmal den Daniel Gressler mit rausgenommen, der vor kurzem bei uns im Webinar gewiesen war. Er ist vor kurzem auf mittlerweile fünf Mitarbeiter gewachsen und allein in 2023 hatte er mehr als eine Verdopplung der regelmäßigen Vertragseinnahmen und mittlerweile deckt er 90% seiner Kosten allein durch Managed Service Verträge. Ich gucke jetzt mal eben kurz Daniel. Also Daniel, wenn du jetzt mal so zurückdenkst an das Jahr 2023, geschäftlich gesehen, war das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Jahr für dich? Eins, der ist im Mikro nicht dran. Daniel Gressler, war jetzt auch nicht abgesprochen, dass ich dich mit reinhole. Auf der anderen Seite mal eine Unternehmensnummer größer. Die Computent Computersysteme aus Augsburg. Stefan Mittermeier, der hat einmal vor einigen Jahren das angeschlagene System aus Computent mit fünf Mitarbeitern übernommen, gemeinsam mit seinem Kollegen Klaus Rauberger. Und hat es aber geschafft, in wenigen Jahren mit diesem System aus auf heute 26 Mitarbeiter zu wachsen und das eben sowohl als organisches Wachstum mit Einstellen von neuen Mitarbeitern, aber auch als anorganisches Wachstum, sprich durch Zukunft von weiteren IT-Unternehmen. Oder Erfolgsgeschichte Nummer drei in einer anderen Unternehmensgröße, die Beidwerk aus Fulda mit dem Geschäftsführer Simon Weber. Und der ist mal 2020, 2021 mit 20 Mitarbeitern durchgestartet und mit 60 Mitarbeitern Ende 2023 angekommen. Also eine Verdreifachung seines Teams und das in gerade mal zwei Jahren. Und wir haben ihn jetzt zum Beispiel beim Zukauf eines IT-Unternehmens begleitet. Das war jetzt gerade Ende des letzten Jahres abgeschlossen worden. Habe ich nachher noch ein paar Informationen dazu. Und die haben einen steten Zulauf von neuen Mitarbeitern und neuen Kunden. Also eine sehr gute Auslastung. Wir sehen also, IT-Unternehmen in jeder Größe, ob es jetzt eine Ein-Mann-Firma, Dreimann-Firma, 20- oder 60-Mann-Firma ist, befinden sich zurzeit auf der Hohlspur. Und zwar dann, wenn sie ganz genau wissen, was 2024 für einen maximalen Unternehmenserfolg notwendig ist. Und genau deshalb wollen wir euch heute eben einige Dinge zeigen, die dafür notwendig sind, die auch gut funktionieren. Wir zeigen euch eben sechs Wege zum Erfolg im heutigen Webinar. Und ich bin gespannt auf eure Fragen, die ihr dann auch einfach direkt in den Chat mit reinschreiben könnt, wenn ihr also da etwas genauer nachbauen wollt. Dann das Thema Trend, Thema KI und daraus eben neue Managed Services verkaufen. Ich frage mal direkt in den Chat, auf einer Skala von 1 bis 10, wie fit bist du mit aktuellen KI-Services im Netz? Also sagst du, yo, ich bin der Super-Crack, ich habe 20 verschiedene Dienste, mit denen ich mich beschäftige, kenn das rauf und runter, mach eigentlich alles nur mit künstlicher Intelligenz. Und okay, 1 bis 3, nichts. Okay, ist momentan eher noch knapp ausgebaut. 11 von 10, sagt Flammo, sehr gut. Also ist noch sehr überschaubar. Das ist schön. Und bedenkt mal, wir kommen selber aus der IT-Branche. Unsere Kunden erwarten von uns, wir müssen das eigentlich als Erste können. Aber auf der anderen Seite sind die Kunden auch noch lange nicht so weit. Und auch wenn man den ganzen Tag irgendwas von Chat, GPT und Google Bart und so weiter hört, dann ist es doch so, oder Microsoft Co-Pilot, dass diese Dienste noch lange nicht in der flächenweiten Nutzung angekommen sind. Und jede Zeit hat ihre IT-Trends und aus jedem Trendthema kannst du auch ein Managed Service machen. Die Frage ist, welche Probleme stellen sich deinen Kunden zurzeit, die sie mit IT am besten lösen können? Und da möchte ich nur mal einmal knapp vier Jahre zurückgehen, nämlich den Erfahrungsweg 2020, als Corona kam. Ich frage mal in die Runde, seit wann nutzt ihr Microsoft Teams vollumfänglich? Also sagt ihr, seit wann ist Microsoft Teams aus eurem Unternehmen nicht mehr wegzudenken? Und ihr seht, die meisten schreiben 2020, 2018, okay, schon ein bisschen früher. Aber die meisten sind doch erst so richtig durchgestartet, als eben Corona kam. Und das war auf der Kundenseite ganz genauso. Und es zeigt sich, die Corona-Situation am März 2020, da hatten wir eine Schmerzsituation bei den meisten Kunden. Alle Mitarbeiter müssen plötzlich ins Homeoffice. Es gibt keine dafür vorgesehenen Kommunikationsmedien. Und die Benutzung muss möglichst mit den eigenen Endgeräten der Mitarbeiter funktionieren, wenn die ins Homeoffice gehen. Und darauf haben wir ein Standardisiertes Managed Service Paket geschnürt, was bei vielen Systemhäusern, die wir begleiten, wie eine Bombe eingeschlagen hat. Wir haben daraus etwas gemacht. Das hieß dann nachher Hox im Sinne von Homeoffice Quickstart. Wir haben daraus einen sogenannten Lösungsflyer gemacht und sind dann eben ganz gezielt auf die Kunden zugegangen. Und wir haben einfach alles zu einem Service Paket gebündelt, was zur Homeoffice-Fähigkeit der Mitarbeiter gehört. Und das ist aus heutiger Sicht gar nicht so aufregend. Es sind ein bisschen Webcams, es ist ein bisschen Teams, es ist ein bisschen Teamviewer und so weiter. Aber diese Lösung haben wir nachher über unseren Lösungsflyer verkauft. Und das Ergebnis war, die typische Abschlussquote lag bei über 80 Prozent, wo wir auf unsere Kunden zugegangen sind. Und wir haben es eben so gemacht, dass sie es von einer denn der vier Seite verkaufen können. Und die Verkaufsgespräche dauerten meist nur etwa 30 Minuten. Bei ganz einigen Kunden ging das sogar noch schneller. Und das heißt, wir haben überhaupt keine Angebote mehr geschrieben, sondern einfach nur direkt den Kunden kontaktiert. Entweder, wenn wir noch vor Ort hinfahren konnten, haben wir das in Papierform gemacht. Ansonsten haben wir mit ihm telefoniert, haben dann eine Teamviewer-Session aufgemacht und haben ihm auf dem Bildschirm unsere Lösungen mit diesem Lösungsflyer gezeigt. Und das war eines unserer Erfolgsrezepte. Ich frage mal in der Runde, wer von euch nutzt denn schon unsere Lösungsflyer? Das ist ja ein Werkzeug, was wir über die Jahre immer weiter und weiter verfeinert haben. Da kommen jetzt auch 24 wieder neue mit hinzu. Das will ich euch ja heute auch gerade mal zeigen. Und Cyril, na, da musste man mit Danda sprechen. Also ich glaube, da müssen wir mal einen nachlegen. Ingo nutzt es, Ronny nutzt es, noch nicht. Ich frage mal so in die Runde, nehmen wir mal den Jatinder. Jatinder, du hast als einer der Ersten geantwortet. Du hast ja dieses Tool eigentlich durch uns mal in die Hände bekommen, dieses Tool Lösungsflyer. Was hast du denn damit am meisten verkauft? Oder was funktioniert da bei euch am besten? Wo ist er, Jatinder? Bei dem traut sich keiner ins Mikrofon irgendwie, ne? Ja, hallo. Hi, grüß dich. Ja, bei uns funktioniert sehr gut hier das Backup-Systeme. Dem Lösungsflyern sehr gut. Auch das Monitoring haben wir verkauft. Die Managed Firewall läuft am besten eigentlich darüber. Okay. Und ist es auch so, dass deine Techniker draußen dann direkt vor Ort im Serviceeinsatz verkaufen? Oder musst du jedes Mal einen Vertrieb da losschicken in der Firma? Ja, die versuchen es, sagen wir so. Wir haben es noch nicht komplett fertig, aber die bieten es an. Und den letzten hat der auch da so weit hinbekommen. Vielen Dank. Und es spart natürlich unheimlich viel Zeit, was es geht. Das ist auf jeden Fall, ja. Also, schneiden diese Preise. So, was ist denn jetzt dieses Konzept, diesen sogenannten Lösungsflyern? Dass wir einfach alles fassen, was zum erfolgreichen... Ah, jetzt haben wir gerade wieder ein kleines Bildproblem gehabt. Wir fassen einfach auf einer DIN A4-Seite alles zusammen, was zum erfolgreichen Verkauf eines Managed Services... Sorry, da war wieder die Leitung weg. Tut mir leid. So, wir haben also alles zusammengefasst, was zum erfolgreichen Verkauf eines Managed Services gehört und das auf einer DIN A4-Seite zusammengefasst. Und zwar so, dass der Techniker sich wohlfühlt, dass er also beim Kunden einfach das Thema ansprechen kann und dass der Kunde nachher begeistert den Vertrag unterschreibt. Und entscheidend ist der Aufbau, den wir über Jahre hinweg immer weiter informiert haben. Und ich will euch das jetzt einmal an diesem Beispiel mit diesem Homeoffice-Quickstart zeigen. Wir haben also einen Aufbau, dass wir erstmal sogenannte Qualifizierungsfragen hier oben drauf packen und wo wir beim Kunden überhaupt erst einmal geistige Brandstiftung betreiben. Das heißt, wir stellen ihm eine Frage als Techniker, wie effektiv könnten Sie arbeiten, wenn Sie mit zwei Klicks eine Video- oder Telefonkonferenz mit Ihren Mitarbeitern starten können. Da habe ich gesagt, oh, super, würde uns in Corona-Zeiten richtig helfen. Mit welchen Mitteln realisieren Sie effektive Homeoffice-Arbeit, auch wenn Ihre Mitarbeiter nur ein Smartphone oder Tablet zu Hause haben? So, ich stelle da also diese Fragen und der Kunde merkt, er hat ein Problem. Und das Schöne ist, wenn der Kunde ein Problem hat, dann möchte er von euch auch eine Lösung haben. Das heißt, wir beschreiben ihm das eigentliche Problem nochmal in Kundendeutsch und wir beschreiben es so, dass er die eigene Situation versteht. Entscheidend ist es, dass man eben auch nicht mit vielen Fachbegriffen um sich schmeißt, sondern eben halt ohne viele Fachbegriffe das Thema erklärt. Und dann geht es weiter, dass wir unten nochmal genauer die Lösung beschreiben. Also das heißt, wie würden wir das ganze Thema lösen? Das war eben unser Homeoffice-Quickstart zum monatlichen Festpreis. Dann kommt nochmal eine Leistungsbeschreibung mit hinzu, wo wir eben genau sagen, was sind jetzt alles für Leistungsbestandteile drin? Und dann haben wir hier eine Call to Action. Heißt, wir bieten dem Kunden zu einem Festpreis das gesamte Thema an. In diesem Fall ist es jetzt kein Managed Service gewesen, sondern es war ein einmaliges Investment. Aber dadurch, dass wir auf diesem Lösungsflyer alles draufpacken und dann eben noch das ganze Kleingedruckte, nämlich die besonderen Vertragsbedingungen und die AGB zusätzlich mit einbinden, die ich hier unten mit drauf habe, das seht ihr hier unten in dem Bereich, dadurch kann ich einen wirksamen Servicevertrag abschließen, den ich auf einer DIN-A4-Seite packe und das führt zu einer schlagartigen Erhöhung der Nutzerakzeptanz und es wird wesentlich leichter verkauft. Und das Schöne ist, die Technik könnte es direkt in eine Service-Situation verkaufen, wie es der ja Tinder beschrieben hat. So, insgesamt haben wir über 40 diese Lösungsfälle, die ihr direkt für eure IT-Unternehmen übernehmen könnt und da könnt ihr auch ganz leicht die Logos, Farben, Adressen und Preise anpassen, so wie es hier die Kollegen auch gemacht haben. So, und genau diese Chance, die wir jetzt mit Teams hatten, die bietet sich genau jetzt wieder für das KI-Thema. Und wir haben schon einige Systemhäuser, die es erfolgreich umgesetzt haben und ich zeige euch jetzt mal den Weg, der am besten funktioniert. Also, verkauft dem Kunden doch die sinnvolle Nutzung von künstlicher Intelligenz als Managed Service. Jetzt ist die Frage, welche Schmerzpunkte haben unsere Kunden dieses Mal? Passt überall, haben alle Unternehmen die Baustelle, sie haben zu wenig Personal, sie haben grundsätzlich Fachkräftemangel, sie haben zu wenig gute Leute, sie haben zu hohe Personalkosten, sie haben Angst, dass sie vom Wettbewerb verdrängt werden, das ist halt jetzt ein großer Wettbewerbsdrang und dann ergeben sich da auch die Ziele für die Kunden, dass eben die mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz das eigene Personal effektiver nutzen wollen. Wenn die schon wenige Leute haben, dann wollen die doch wenigstens in der Lage sein, mit diesem wenigen Personal, bei diesem wenigen Personal auch gut in kurzer Zeit bessere Ergebnisse zu schaffen. Bei unseren Kunden auch noch eine Datenschutzfrage, ja, das ist, ich nehme mal kurz mit rein, Sebastian, du scheinst irgendwie aus dem Datenschutzbereich kommen, was fragen sich deine Kunden beziehungsweise das Thema Datenschutz mit KI? Ja, servus, also mein herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, unsere Kunden haben eher das Thema bei der KI-Frage, wo wird es verarbeitet, das wissen wir, das ist in der Azure, was ich weiß bei JGPD und was macht Azure und JGPD im Hintergrund mit den Daten, die man da reinfüttert, noch aufgrund der Fragestellungen beziehungsweise der Aufgabenstellungen, die du der KI übergibst. Genau, und wenn man dann plötzlich personenbezogene Daten irgendwo mit reinschmeißt, wie geht das denn irgendwo weiter? Das heißt, dieses ganze Thema ist noch nicht geklärt, danke für die Frage, das ganze Thema ist überhaupt nicht geklärt von Kundenseite. Das bedeutet, eure Kunden haben noch nicht mal klare Guidelines, wie die Mitarbeiter das überhaupt nutzen dürfen. Diese Frage, an manchen stellen sich diese Frage noch überhaupt nicht. Das heißt, viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, moderne KI-Dienste effektiv in den Arbeitsalltag zu integrieren und die Mitarbeiter verbringen oft viel Zeit mit Routineaufgaben, die durch KI automatisiert werden könnten und es fehlt eben an einer nahtlosen Integration dieser Technologien, bestehende Systeme und an leicht verständlichen Schulungsmöglichkeiten und deshalb verlieren die eben halt viel Potenzial und Effizienz in der täglichen Arbeit. So, was wir euch empfehlen können, was tatsächlich momentan gut funktioniert, ist, dass man für die Kunden ein KI-Onboarding macht, also eine Einarbeitung ihrer Mitarbeiter in künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag. Das muss auch gar keine Raketentechnik sein, sondern tatsächlich ist es so, dass ihr euren Kunden dort ein effektives Onboarding verkauft. Genauso wie einige eben dieses Homeoffice-Thema gemacht haben, genauso wie das Thema Erwärmisschulung im Bogab und was würdet ihr machen? Es geht einerseits darum, die wichtigsten Dienste dem Kunden zu installieren. Ich habe mal ein paar Empfehlungen dafür, was man einen Kunden einrichten kann und das muss ja gar nicht so abgedreht sein. Ich meine, ChatGPT ist jetzt das mit der geringsten Hürde. Microsoft Co-Pilot zumindest über die Bing-Funktion kann ich nehmen. In Kürze wird es dann immer noch das normale Co-Pilot geben und noch eben ein paar Ergänzungen, wie ich aber jetzt schon mit ChatGPT und Microsoft Office-Lösungen arbeiten kann. Da muss ich ja gar nicht erst noch bis Co-Pilot warten. Und wie gehe ich vor? Was machen andere Systemhäuser, bei denen es gut klappt? Die richten eben diese Systeme einerseits ein. Dann bauen die sich ein ganz einfaches, schlankes Videokursportal auf, worüber die den Kunden eben diese Nutzung erklären und geben dann eben Online-Support darüber über einen Teams-Kanal. Das heißt, ihr macht alle Kunden, die da mit drin sind, können dann eben halt in diesen Teams-Kanal irgendwo mit reingehen und ihr gebt zusätzlich noch ein begrenztes Stundenkontingent für Hotline-Anfragen den Kunden mit auf den Weg. So, und dieses Paket, was aus eurer Sicht ziemlich trivial wirkt, lässt sich super verkaufen, eben auch über einen von diesen Lösungsflagen. Ich habe jetzt hier mal das Beispiel reingepackt. Wir haben dafür schon einen Lösungsflager erstellt und wir haben eben erste Erfahrungen von Testverkäufen und dass es tatsächlich möglich ist, solche Lösungen für 99 Euro pro Mitarbeiter zu verkaufen. So, und der Kunde geht dann auch mal auf Beträge rauf, wo er zwölf Monate Laufzeit akzeptiert.